sind sie bereit stellen mir die frage wenn es gibt den moment dieser mannschaft wo einige spieler vergessen in den profi was sie sind ich habe gehört viele situation erstens wir haben nicht offensiv gespielt es gibt keine deutsche mannschaft spiel offensiv oder dynamo offensiv wie bayern letzte spiel hatten wir im plass drei spitzen elbert janka und der ziegler ihr müsst ihr nicht vergessen ziegler ziegler ist eine spitzen mehr mehmet emea basler ist klar diese wörter ist möchte ich verstehe was ich gesagt dann offensiv offensiv ist wie machen wir im plass zweite ich habe erklärt mit diesen zwei spieler nach dorm und blauch vielleicht halbzeit der pause ich habe auch andere mannschaften gesehen in europa nach dieser mittwoch ich habe gesehen auch zwei tage der training ein trainer ist ein idiot ein trainer sei sie was passieren im plass die spieler die zwei oder drei die spieler waren schwach wie eine flasche leer haben sie gesehen mittwoch welche mannschaft hat gespielt mittwoch hat gespielt memet oder gespielt balder oder gespielt trapattoni diese spieler beklagen mehr als spiel wissen sie warum die italiener meistens aufkaufen ist spiel aber wenn ich sie viel mal zum spiel habe gesagt sie nicht spiele für der italienisch meisters truss truss ist zwei jahre jahre gespielt sein spiel ist immer verletzt was erlaubt truss letzten jahre meister geworden mit amann der niger diese spieler waren spiele er war meister geworden ist immer verletzt haben gespielt für das spiel in dieser in diese meister dieser verein mussten spätieren die andere kollega haben viele nette kollegen stellen sie den kollegen die frage haben keine mutter antworten weil ich weiß was denken über diese spieler mussten zeigen ja sie will samstag diese spieler mussten zeigen mich es hat die fans mussten alleine spiel gewinnen mussten alleine spiel gewinnen ich bin müde jetzt erwarten diese spieler äh die verteidigen diese spieler ich habe immer die schulde über diese spieler äh die verteidigen diese spieler die spieler die spieler die spieler die spieler Ich habe es fertig. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.